Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anu1800. So, weiter geht das. Wir sollen hier noch weitere Arbeiter beherbergen. Die bekommen wir doch eigentlich ganz schnell. Wir bauen einmal die Häuser aus. Wir müssen aber darauf achten. Wir müssen darauf achten, dass wir immer noch genügend Bauern auch haben. So. Ah, einen können wir glaube ich noch. Wir müssen so oder so noch Häuser dazu bauen. Denke ich. Werden wir sogar auch. Einfach mal Häuser noch dazu bauen. Damit es sich auch lohnt. Ich kann mir überlegen dann hier einen Platz zu lassen und dann hier weiter zu machen. Ich mache mal den Blaupausenmodus an. Ist ja dann hier so. Und den da hinziehen. Den da. Fläche hier auf der anderen Seite auch. Und dann müssen wir mal gucken. Da fehlt übrigens eine Straße. Gehen wir auch gleich mal hier so durch. Dann. Das ist auf jeden Fall hier in der Richtung weitergezogen. Hier genauso. Feuerwehr wird halt hier schon eng. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. Wie wir das regeln. So. Ein paar Bauernhäuser würde ich noch bauen. Wollt halt so die wichtigsten Gebäude erstmal in der Mitte. Damit wir so eine Art Zentrum haben. Ich glaube das wird nicht so einfach. Vielleicht sollten wir mal so eine Idee so zu setzen. Dann haben wir glaube ich eine schnellere Überführung auch in anderen Regionen. Dann wir brauchen noch mehr Arbeiter. So. Aber uns würde Fisch und natürlich die Arbeitskleidung bald ausgehen. Daher sehe ich uns auf jeden Fall schon bei der nächsten. Das heißt wir müssen einmal das hier auf dem Verbauen. Wir haben nämlich davon nichts übrig. Jetzt überlege ich halt gerade sogar schon. Jetzt hier da eine Lücke lasse. Dann brauchen wir natürlich für Arbeitskleidung auch noch eine Fabrik. Den wir erstmal so. Dann bauen wir mal aus. Ich glaube sogar. Würden besser kommen, wenn halt hier ein neues Lagerhaus entstehen würde noch. Hier so. Würde ich sagen. Wir können die nämlich besser abliefern. Das heißt wir drehen den hier mal. So. Auch den hier einmal drehen. Damit die kürzere Wege hier hin haben. Diese Lücken hier, da können wir Bäume oder so setzen. So ein bisschen dekorativ gestalten. Wir brauchen mehr Bauern. Das sollte reichen. Wieder. Wir brauchen die natürlich Waren. Wie sieht das mit einem Schnappes aus. Schadenheit. 99%. Das passt eigentlich noch. Fisch würde ich auf jeden Fall noch einen noch dazu bauen. Das stimmt. Und kein Holz. Stimmt. Wir haben kein Holz. Und auch keine Arbeiter. Wir brauchen natürlich auch Arbeiter für dieser Station und da brauchen wir 25 Stück. Lassen wir doch erst mal hier die Arbeiter Arbeiter werden. Dann bauen wir mal unsere erste Lehmgrube hier hin. So. Ich würde sagen, Lagerhaus gleich daneben. Brauchen wir nur noch eine Anbindung zu unserem Dorf. Ich würde hier einfach ganz schlicht hier einfach rüber gehen. Die Brücke brauchen wir Holz, oder? 20 Holz. 20 Holz brauchen wir da. So würde ich es auf jeden Fall anbinden. Brauchen wir nur noch 20 Holz und dann können wir das bauen. So, in der Zeit machen wir das so. Können wir ja schon mal ein bisschen mit der Blaupause spielen. Und zwar eine Ziegelei brauchen wir definitiv. Ich bin noch am überlegen. Dann messen wir den Weg nochmal hier ab. So würde das glaube ich cooler kommen. hoff ich. Blaupause um allem verschieben. Hier um die Ecke. Holzbrücke ziehen wir natürlich. Damit ist eine Anwendung da. Lager kommt auch. Und dieses wunderschöne steht auch schon mal. So, dann brauchen wir noch mehr Arbeiter. Oh, hier haben wir wieder Einwohneraufgabe. Fotografieren sie die Feuerwehrwache. Ja komm, die machen wir mal eben. Foto von der Feuerwehrwache. Abschenken. Holzfäller haben wir dazu bekommen. Das ganze da kann eigentlich hier hinter. Weiß noch nicht hier. Braucht das eine Anbindung zur Straße? Müssen wir mal gucken. So nicht. Kann ich das nämlich so bauen? Vielleicht nur noch ein nach. So vielleicht. Hat das genügende Auswirkungen hier drauf. Auf der Umgebung. Dann bräuchten wir noch ein zweites Handelszentrum. Und die kosten halt uns Geld. Wir müssen erstmal an Geld kommen. Mehr. Mehr Geld wär gut. So. Wir brauchen noch mehr Arbeiter. Die kriegen wir hin. Und die Arbeiter, die wollen natürlich auch Würstchen. Für die Würstchenproduktion müssen wir noch was bauen. Dann brauchen wir hier so eine Schweinefarm hin. So. Dann haben wir nämlich die auch. Mitzgereien müssen wir auch noch bauen. Und dafür brauchen wir Ziegel. Und die brauchen wir erstmal. Die Metzgerei brauchen wir übrigens 50 Arbeiter. Wir haben nur 15. Das heißt, wir müssen nochmal gucken, dass wir ein paar dazu bekommen. Mitzgerei. Wir haben das erste Problem, wie wir sprechen. Wir haben das erste Problem, wie wir sprechen. Erledigt. Ja. Wir warten immer noch auf unsere Schulden. Die bekommen wir halt nicht. Schauen. Oder das will er uns nicht sagen. Weil er selber nicht weiß. Er kann selber nicht rechnen. Denke ich. Zweite Ziegelei könnten wir auf jeden Fall hier hinbauen. Dann bekommen wir nämlich schneller die Ziegel rein. Die deaktivieren wir natürlich, wenn wir genügend haben für die Metzgerei. Eine Ziegelei braucht 25 Arbeiter. Für dieses Wunderschöne brauchen wir 50. Das heißt, wir haben zu wenige Arbeiter. Immer noch. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Bauern. So. Machen wir mal hier das komplett fertig. Sollten wir eigentlich genügend haben. An Bauern. Bauern. So. Dann einmal hier upgraden. Wir warten wieder auf Holz. Hier wieder upgraden. Warten auf Holz. Eins müsste ich nämlich noch upgraden. So. Dann können wir warten, wenn das hier jetzt gleich ein bisschen noch produziert hat. Und mal dieses wunderschöne Gebäude. Wir deaktivieren erstmal die. Die basteln nämlich jetzt an Wurst. Wir bekommen hier mehr Leute rein. Okay. Hier. Konkurrenz hat wieder was gekauft. Was wir noch gar nicht sehen können. Bestimmt hier unser Onkel. Onkel. Der mag uns nicht. Hab ich gemerkt. Ähm. Jetzt weiß ich wieder was ich noch machen muss. Painflicks, Pickets, healthy on his. So. So mag ich das. Wir kommen nämlich hier an Essen rein. Zumindest hoffe ich das. Was wir mal machen ist. Hier schon mal die Straße upgraden. So. Wenn wir schon dabei sind. Bessere Straßen sind immer gut. Hätte das gedacht. Aber schon mal da, wo wir was produzieren. Damit die sich schneller bewegen. Schnelleres Bewegen bedeutet, dass sie es auch schneller hin und her transportieren können. Hafenstadt. Wir sind eine Hafenstadt. Yay. Immer noch nicht, kam er damit an. Eine Schliffswerft. Klar. Soll bald eine Schliffswerft gebaut werden. Denk ich. Segel. Jetzt will er Segel haben. Hier wollen wir doch, denk ich mal noch ein bisschen dauern, bis wir das halt... mehr als genügend produzieren. bedeutet wir müssen auf jeden fall noch mal irgendwo immer so wenn wir das machen bauen da brauchen wir noch ziegelsteine wir haben sogar zu viel arbeitskleidung dass wir machen eine überproduktion gerade das ist nicht gut über produktion sind nie gut so was ist hiermit wenn wir jetzt starten da haben wir erstmal wieder leute das heißt wir können auch bald hier noch eine dritte vielleicht bauen wenn wir sie brauchen lehmgruben mäßig lehm bekommen wir gut rein holzfäller könnten wir halt auch noch upgraden mit den holzfäller wir haben ja hier dieses item bekommen den holzfäller bekommt man mehr produktivität durch die holzfällerhütten sollten wir vielleicht auch noch bauen dann kommen wir doch mal machen wir minus minus machen möchte ich noch nicht wir warten jetzt erstmal wir spulen bisschen die zeit werden wir wohl öfters machen damit wir auch vorankommen wir wollen ja nicht auf der stelle stehen warten wir gerade mal bis wir ein bisschen ziegel haben damit wir das gebäude hier bauen können wie ich merke sind die hier nämlich schon ein bisschen ausgelastet beschützstellungen und so jetzt geht es langsam in dem bereich dass wir uns dann auch selber beschützen müssen oder was unseren onkel denke ich wieso machen wir eigentlich minus was kostet uns hier so viel die produktionsgebäude kosten viel da müssen wir nochmal gucken dass wir nehmen sie ein schiff und retten sie die schiffbrüchigen nehmen sie ein schiff und retten sie die versiegelten dokumente dann fahren wir doch dann mal eben hin holen wir das doch einmal das bebergen noch ein bisschen schneller sein kriegen wir das auch noch ja und wo müssen wir hin okay sehr verehrter direktor sehr verehrter direktor mehr zu den mitverschwörung des verräter samuel verbrechen und strafen wie folgt erne sterling gebrauch unfältiger sprache 16 jahre zwangsarbeit veritas herzgut identitätsschleichung verbannung zu den antipoden elias nobel verfassen von drohbriefen lebenslange haft anora horneth rufmord lebenslange haft der richter schloss sich meine ansicht an jeder war jedweder mangel an beweisen für die gemeinsame verschwörung mit einem verräter sei an sich bereits ein beweis dass sie etwas zu verstecken halten alles in allem hätte sein urteil sehr viel schlechter ausfallen können wen gleich es nicht verpflichtend bin diese detail zu erläutern war ich der ansicht dass die fakten in diesem fall für sie als einen kollegen der rechtsprechenden zunft von interesse sein könnte hochaktungsvoll edward edward so haben wir eine aufgabe so da er so so er bei ings Meine Güte, reden die hier gerade viel. Aber wir sind schuldenfrei. So, eine Aufgabe, wir sollen Treibgut holen, da lassen wir unser Schiff da hinfahren. Währenddessen geht's hier voran, wir bauen jetzt unsere Segel Schiffswerfer. So, machen wir da so ran. Nein, das sieht nicht so toll aus. Sieht nicht so toll aus. So, so. Können wir eh noch nicht alles machen. So, wo ist eigentlich unser Schiff? Wir müssen hier das Treibgut aufheben. Eben aufheben, alles. Oh, eine neue Dame kennengelernt. So, einmal hier hinbringen. Vielen lieben Dank. Diplomatie übrigens, die ist in Frieden mit uns, das ist gut. Das gefällt mir. Weil wenn jemand in Frieden ist, ist es auf jeden Fall immer besser, als wenn wir die ganze Zeit gegen den kämpfen müssen. Haben wir ein bisschen Geld dazu verdient, das ist gut. Ja, hier, das ist ein bisschen überladen, oder überfordert meistens das Lagerhaus. Da werden wir, glaube ich, bald mal upgraden. Oder upgraden müssen. Und es sind Ziegelsteine, könnten wir halt jetzt mal gebrauchen. Wir brauchen... Ach, können wir ja sogar. Einmal ein Foto machen von der Segel... Perfekt. Perfekt. Dann haben wir das nämlich auch. Kapitel 2. Ein Zeichen des Feuers. Wunderschön. Wir sind in Kapitel 2. Wir sollen Sachen bauen, wie Schoner, Kanonenboot und Fregatte. Wir sollen also Schoner bauen. Dafür brauchen wir aber... Für die Fregatte braucht man erstmal Handwerker und die haben wir noch nicht. Und von daher würde ich sagen... Pause. Wir werden das in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.